Nach dem Amoklauf an einer Volksschule im Bundesstaat Texas hat am Sonntag US-Präsident Joe Biden gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill die Kleinstadt Juvaldi besucht. Die Bidens drückten den betroffenen Familien ihr Mitgefühl aus. Ein 18-Jähriger hatte dort am Dienstag 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Der Schrecken über die Tat sitzt tief. Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht aus meinem Kopf bekomme. Das Wehklagen der Mütter, als sie die Schreckensnachricht erhielten, das Schlagen gegen die Wände, es ist noch sehr präsent. Ermittlungen legten erhebliche Versäumnisse der Polizei bei dem Einsatz offen. Erst 45 Minuten nach dem ersten Schuss sollen Beamte eingeschritten sein. Der Direktor der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas, Stephen McCraw, sprach in einer öffentlichen Stellungnahme von einer falschen Entscheidung. Und einmal mehr hat der Amoklauf von Juvaldi die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA angefacht. Obwohl wir hier in Texas sind, bin ich für striktere Waffengesetze. Ich glaube, es braucht mehr Kontrolle. Ein 18-Jähriger sollte nicht einfach so eine Waffe kaufen können. Ich bin Soldat im Ruhestand und halbautomatische Sturmgewehre sind nichts für normale BürgerInnen. Sie sind für die Polizei, für den Sheriff und für das Militär. Alle anderen sollten eine solche Art von Waffen nicht besitzen. US-Präsident Biden zeigte sich mit den BürgerInnen von Juvaldi solidarisch und versprach, sich im Kongress für schärfere Waffengesetze stark zu machen. Viele Republikaner sperren sich allerdings seit Jahren gegen strengere Regeln. Bei der Jahresversammlung der National Rifle Association am Freitag sprach Ex-Präsident Donald Trump von einer grotesken Forderung. Es ist daher auch zu bezweifeln, dass sich diesmal an den Gesetzen etwas ändern wird.